Am Montagmorgen lud der Jena-Nahverkehr an die Bahnhaltestelle Stifterstraße in Jena-Nord ein. Denn dort werden aktuell wichtige Arbeiten an den Gleisen durchgeführt. Schon seit Oktober saniert der Jena-Nahverkehr sein Schienennetz und baut es für den Einsatz der Lichtbahn um. Doch im Verlauf der Baumaßnahme stießen die Arbeiter auf ungeahnte Schwierigkeiten, die nun zur Verlängerung der Maßnahme führen. Verzögerungen sind aufgetreten, weil wir einen Untergrund vorgefunden haben, der so nicht zu erwarten war. Es wurden mehrere Untertragsschichten gefunden, Pflaster, Asphalt etc. Und diese müssen jetzt ausgebracht werden. Wir haben hier sehr, sehr viel Erdreich zu bewegen in der nächsten Zeit. Und ja, das war so im Vorfeld nicht zu sehen. Und deshalb gibt es jetzt die Baumaßnahmen, die sich jetzt hier verlängern entsprechend. Die Baumaßnahme soll nun bis voraussichtlich April abgeschlossen sein. Für die Kunden des Nahverkehrs wird es auf der Strecke weiterhin Schienersatzverkehr geben. Außerdem bleibt die Einbahnstraßenregelung auf der Nürnberger Straße für Autofahrer stadteinwärts bestehen. Durch die Verzögerung bei den Arbeiten im Gleisbett muss der Nahverkehr nun auch den Kostenrahmen der Baumaßnahme anpassen. Wir hatten ursprünglich zweieinhalb Millionen Baukosten geplant. Wir müssen jetzt sehen, dass wir die erhöhten Kosten, die hier auftreten, noch mit einplanen. Und das müssen wir in den nächsten Wochen mal bewerten, was das bedeutet und in welchem Rahmen wir uns dann weiter bewegen werden. Ab Ende des Frühjahrs soll der Verkehr dann wieder normal rollen. Dann können Autofahrer endlich wieder uneingeschränkt nach Jena Nord oder in die Stadt fahren und Kunden des Jena Nahverkehrs sich auf den Straßenbahnlinien 1 und 4 mit einer Fahrt in der Lichtbahn freuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017